Lass dich so viele auf einmal werfen. Äh, mach ich nicht. Nein. Kommst du da drauf? Eigentlich müsste ich da. Weil, wenn die zu nahen aneinander kommen, ist es jetzt seit Minecraft keine Ahnung was, dann stacken die sich. Und darfst nicht gut sein. Boah, bin so schlecht. Aber da liegt doch noch eins drauf, hey? Keine Ahnung. Da liegt was. Boah, dank dir stacken die sich wieder voll. Warum dank mir? Ich mach gar nichts. Ach, da ist auch eine Druckplatte. Loll. Was ist das? Ja, irgendwo was aufgegangen. Glaube ich hier. Jo. Okay. Das war jetzt zwar leicht gecheatet von uns, aber eigentlich auch nicht, aber egal. Und weiter. Pistol. Pistol. Pistol Jump and Run. Wo ist denn das aufgegangen? Toll. Okay. Bin ich schon hier oben? Muss ich hier lang? Hier lang? Hä? Warte. Ach, da lang. Da lang. Okay. Oh Mann. Du schlecht sein, Max. Du schlecht sein. Ich bin fort. Muss ich jetzt da lang, oder muss ich um die Ecke? Ich glaube, ich muss da lang. Okay. Ist ich hier? Nee. Ach. Du scheiße. Ähm. Muss ich da rüber hin? Ja, du musst da rüber. Du musst da rüber. Da hin? Ja. Voll schwierig. Hör auf mich zu schlagen. Hör auf. Hör auf. Da weg. Ich bin jetzt voll weit. Du nur eifersüchtig. Blöde. Blödes Arschloch. Blödes Arschloch. Geh da weg. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Komm, hör runter. Nein. Niemals. Ich bin, ich bin Meister. Ich bin Meister. Ach du Scheiße. Nein. Nein. Da gibt's kein Checkpoint. Das ist so ein Mist. Äh. Ah fuck. So weit. Joll. Da muss ich ja jump. Äh. Blöde. Ja. Oh nein. Wir sind leider springen. Ja. Sprintet auch zu spaaaass. Vogel. Hast du's auch manchmal, dass es denn dann sprintet? Oh nein. Ja. Hab ich auch. Ach du armer du. Ey ich bin doch grad so schlecht. Beim ersten Alllauf so weit gekommen und jetzt. Nein. Ja. Fertig? Ach. Ein Sprung noch. Ein Sprung noch. Schau mir zu. Wo bist du denn? Links oben. Hier. Da war ich auch fast. Du hast mich abgelenkt. Juhu. Ja. Bist du fertig? Ich hab's. Ich will das jetzt... Ich will das jetzt mal probieren. Einmal will ich's noch probieren. Ja. Wo bist du? Machst du schon weiter? Ich schau dir zu. Achso okay. Ja, ich bin meist auf der... Äh da. Jackpoint. Gib alles. Ey wann hast du den Jackpoint aufgemacht? Der war schon offen wie ich komme bin. Ich hab mich aufgemacht. Ich hab mich aufgemacht. Ich hab was aufgemacht. Ja. Den hab ich dann wahrscheinlich irgendwie aufgemacht. Oh. Okay. Hab ich gar nicht gepeilt. Und ich hab mich schon be... Oh dann hätte ich ja vom Jackpoint weitermachen können. Ein Frosch. Ja hier hab ich's grad verkackt. Da bin ich denn... Ja zu Frosch. War viel zu früh jetzt. Ich dachte da gehen nur weniger. Okay. Kein Bock mehr. Gib's auf? Äh da noch. Ja ich geb auf. Wir haben nur noch zwei Türen. Ja ist echt so. Wie lange nehmen wir eigentlich schon auf? Ich hab keine Zeit. Ich ja nicht. Noch einen Jump'n'Run. Juhu. Da freuen wir uns aber. Ach du Scheiße. Was geht hier los? Attack! Nein! Da kommen wir immer am Anfang. Hö. Ach Gott nein. Eckensprünge. Ich hasse Eckensprünge so sehr. Da. Checkpoint. Oh Gott. Oder was macht das? Nein! Jetzt trinnt der wieder. Ja ich hab ein Checkpoint aktiviert. Juhu. Den darf ich benutzen. Da müsste dazu geschrieben werden, dass das Checkpoint sind. Ja. Genauso wie bei der anderen Halle. Ja. 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 Was tut dich freuen, hä? Ich darf jetzt auch, ab jetzt darf ich auch ein Checkpoint machen. Das ist schön. Das ist sehr schön. Ich weiß. Wohin muss ich denn? Mann. 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 Naaah. Mann. Ey. Du musst mir nicht ins Gesicht rennen. Das das nicht sozial von dir sein. Ich weiß nicht ... Naaine. Äh, äh, äh. Äh, äh ... Ah, Fack. Saar wo Andy? Du musst um die Ecke. Du musst um die Ecke. aber der sprung ist eigentlich noch leicht für den eckensprung oh ich spreng immer dran vorbei ok jetzt verkack ich gerade eindeutig jetzt bin ich wegen dir auch wegfallen tut mir leid ich habe so angst gehabt dass ich mich beeilen musste dass du mich drunter schlägst und dann habe ich auch vergessen zu sprinten das war so klar was denn da war eine fliege ich wollte die erwischen ah ok dann dann ist das natürlich ok ich schaffe den sprung hier nicht darf ich überspringen das muss doch mal ohne zu sprennen ja was das ist halt mies nein ich habe gesagt ließ nicht ich schaffe den sprung nicht der ist der ist so aussie der sprung der schaut leicht aus aber der ist so richtig kacke und ich hatte gerade frame einbruch an den frahme einbruch ja ich habe dir geholfen dass es fast geschafft das habe ich vergessen zu streiten nicht vollidiot es ist gar nicht schwer das champion das ist eigentlich bis einfach los springen ich werde hier lieber ok nein bin daneben gehofft nehehehe fuck nehehehe boah ich bin mal weg oh der ist gemein bist du bei dem leitersprung ich bin schon drüber ich bin hier oben wisst ihr denn auch da oben ja da war ich auch ich glaube da war ich das eine mal das allererste mal ja ja aber den leitersprung schaffe ich die ganze zeit nicht endlich jetzt könnte man langsam wieder ein checkpoint kommen ey das ist jetzt aber wenn ich jetzt unterfallen würde ich würde schreien wo bist du denn ich bin auf der wasserseite wie kommt man da rüber du musst um die ecke gehen außerhalb und dann kommst du halt dahin und dann kommst du halt dahin und hier ist nochmal so ein oh leck und ich war sogar noch naaa ey da ist der nächste checkpoint da ist der nächste checkpoint neiiiiiii neiiiiiii dein ernst hahaha das war letztlich